Tja, Freunde, jetzt kommen wir zu dem Mann, den man mit dem Rock'n'Roll verbindet wie kein anderer. Von ein paar Tagen war sein 40. Todestag und auch 40 Jahre nach seinem Tod wird auch sein Geburtstag noch weltweit gefeiert. Der bekannteste dauernd Rock'n'Roll, Mr. Elvis Presley. Wir haben einen ganz hoften Song mitgebracht, den man locker aus der Hüfte tanzen kann. Aber bevor es soweit ist, kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Die Welt ruft sich schon ein, das ist sehr schön. Und zwar gibt es bei diesem Gewinnspiel nur eine ganz kleine Bedingung, um teilnehmen zu dürfen. Man muss sich auf der Tanzfläche befinden und man darf nicht älter als zwölf Jahre sein. Wie alt bist du? Und damit hat sie gewonnen, eine CD von uns. Und das, ja, so schnell geht's. Freust du dich? Ja. Richtig. Ja. So, pass mal auf, die CD hat uns einen Haufen Kohle gekostet. Wir müssen jetzt noch ein Foto machen, das ist wichtig. Mit einem glücklichen Kind. Die Mama hat ja gesagt, du solltest mit Onkels mitgehen, aber wenn sie die CD von den Fireworks schenken, machen wir mal eine Ausnahme. So. So. Herrlich. Christoph gibt uns Licht. Und jetzt guck so, als ob es dir Spaß macht. Herrlich. So. Da ist die Mama. Nochmal einen Applaus für uns und vielleicht fühlst du das. So. Oh, sweetheart. Oh, das ist ein Traum. Oh, ja. Oh, oh, oh. Musik 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 Musik